Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Der Regenbogen. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug in die Berge. Wann sind wir denn endlich da? Noch nicht ganz, Peppa. Wir können hier ein Spiel machen. Jeder von uns muss ein Auto in seiner Lieblingsfarbe entdecken. Meine Lieblingsfarbe ist grün. Meine ist orange. Meine ist rot. Schorsch, und was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Die Lieblingsfarbe von Schorsch ist blau. Fein, ich bin gespannt, welche Farbe uns zuerst begegnet. Los geht's! Da kommen Molly und Frau Mieze in ihrem grünen Auto. Haha, grün. Das ist meine Lieblingsfarbe. Ich habe gewonnen. Hallo Molly. Miau. Hallo Peppa. Da kommen Klausi und Opa Clef in ihrem orangenen Abschleppwagen. Orange. Ich hab gewonnen. Hallo Klausi. Hallo Peppa. Hoho. Da kommt das nächste Auto. Das ist Luzi. Hallo. Hallo Peppa. Blau. Ja, Schorsch. Es ist ein blaues Auto. Jetzt hast du gewonnen. Das ist ein dummes Spiel. Es kommt überhaupt gar kein rotes Auto vorbei. Also ein rotes Auto gibt es schon, Peppa. Wo? Na, welche Farbe hat denn wohl unser Auto? Ähm, es ist rot. Gewonnen. Gewonnen. Familie Wutz ist in den Bergen angekommen. Wir werden eine fantastische Aussicht haben von da oben. Wir sind da. Hurra. Guckt mal, was für eine schöne, sonnige Aussicht. Oh je. Es fängt an zu regnen. Wo ist denn die schöne, sonnige Aussicht? Äh, da ist eine schöne Aussicht. Da steht Frau Mümmels Eiswagen. Hallo Frau Mümmel. Hallo Papa Wutz. Viermal Eiscreme bitte. Welche Sorten möchten Sie denn? Pistazie, Orange, Erdbeere und Blaubeere bitte. Ja, gerne. Schaut mal, was ich hier habe. Eiscreme. Oh, das sind ja unsere Lieblingsfarben. Ganz genau. Grün für mich. Orange für mich. Erdbeer rot für mich. Und Schorsch bekommt? Blau. Lecker, lecker. Guckt mal, die Sonne kommt raus. Ja, und das ist noch nicht alles. Ein Regenbogen. Peppa und Schorsch lieben Regenbogen. Einen Regenbogen kann man nur sehen, wenn die Sonne scheint und es gleichzeitig regnet. Oh. Er leuchtet genau in unseren Lieblingsfarben. Ja. Rot und Orange und Grün und Blau. Und wisst ihr auch, was man am Ende des Regenbogens finden kann? Nein. Dort ist ein Schatz versteckt. Oh. Können wir den Schatz suchen gehen? Jetzt gleich? Na gut. Sieht so aus, als wäre das Ende des Regenbogens auf dem nächsten Hügel. Los geht's! Sonne scheint und Regen fällt. Der Regenbogen kommt zur Welt. Regenbogen, Regenbogen. Rot und Orange und Gelb und Lila und Blau und Grün. Regenbogen, Regenbogen. Die Sonne scheint und Regen fällt. Wir sind da. Oh. Wo ist der Regenbogen hin? Er ist zum nächsten Hügel gehüpft. Du frecher Regenbogen. Komm, wir fangen ihn ein. Die Sonne scheint und Regen fällt. Der Regenbogen kommt zur Welt. Es hat aufgehört zu regnen. Und der Regenbogen ist weg. Sei nicht traurig, Schorsch. Vielleicht hat der Regenbogen ja einen Schatz dagelassen. Ja, da drüben ist irgendwas. Hast du den Regenbogenschatz gefunden? Ja, allerdings. Eine große Matschepitze. Hurra. Das ist der beste Regenbogen, Schatz von allen. Wäsche waschen. Schon früh am Morgen hängt Papa Wutz die Wäsche auf. Papa, was ist das für ein Hemd? Das ist mein Fußballtrikot. Papa spielt heute Nachmittag Fußball. Oh. Aber zuerst muss ich noch arbeiten gehen. Bis später. Tschüss. Wiedersehen. Armer Papa. Er muss jeden Tag zur Arbeit. Armer Papa. Los, komm. Wir spielen. Ja, spielen wir. Peppa liebt es, in Matschepfitzen herumzuspringen. Schorsch liebt es, in Matschepfitzen herumzuspringen. Und Mama Wutz liebt es, in Matschepfitzen herumzuspringen. Oh je. Mama, wir haben Papas Fußballtrikot mit Matsch vollgespritzt. Keine Sorge, wir waschen es einfach. Wir waschen es ratzfatz. Papa wird gar nicht merken, dass es vollgespritzt war. Wir haben bestimmt noch was, was wir mitwaschen können. Oh, mein Kleid ist ja auch voll Matsche. Mama Wutz und Schorsch haben noch mehr schmutzige Wäsche gefunden. Sehr gut, Schorsch. Wir stecken die Wäsche hier rein. Und dann schalten wir die Maschine an. Die Waschmaschine füllt sich mit warmem Seifenwasser. Schwapp, schwapp, schwapp. Schwapp, wapp, wapp. Die Waschmaschine schüttelt die ganze Küche durch. Oh, Peppa, wo ist denn dein Kleid? Ich wasche es gerade. Was? Oh nein. Guck, Mama. Mein rotes Kleid ist jetzt wieder ganz schön sauber. Ja, schon, Peppa. Aber jetzt guck dir mal die anderen Sachen an. Oh je. Peppas rotes Kleid hat die weißen Sachen rosa gefärbt. Rosa ist wohl keine so gute Farbe für ein Fußballtrikot. Oh. Papa Wutz kommt von der Arbeit zurück. Hallo zusammen. Hallo, Papa. Ähm, Papa Wutz, wir haben da ein kleines Problem und ähm... Erzähl's mir später, Mama Wutz. Ich muss mich jetzt auf mein Spiel vorbereiten. Wo ist mein Fußballtrikot? Hier. Sei kein Dummerchen, Peppa. Das ist ein Kleid von deiner Mutter. Es ist rosa. Nein, Papa. Es ist dein Fußballtrikot. Es ist etwas Matsche drauf gespritzt. Darum haben wir es gewaschen. Und dann ist alles irgendwie schief gegangen. Entschuldige, Papa. Aber ich kann doch kein rosa Fußballtrikot tragen. Warum denn nicht, Papa? Rosa ist doch eine sehr schöne Farbe. Hm. Was meinst du dazu, Schorsch? Schorsch kann rosa nicht ausstehen. Da kommen die Freunde von Papa Wutz. Herr Bulle, Herr Löffel, Herr Pony und Herr Zebra. Muuu. Kann Papa Wutz rauskommen zum Spielen? Nur noch einen Moment. Meine Mannschaft trägt weiß. Ich brauche ein weißes Trikot. Aber Papa, du hast doch ein weißes Trikot. Du musst nur deine Jacke ausziehen. Stimmt's? Fantastisch. Danke, Peppa. Hallo zusammen. Hallo, Papa Wutz. Hast ein schickes Hemd. Sieht gut aus. Dankeschön. Los geht's. Jetzt spielen wir Fußball. Ja. Hurra. Hurra. Papa. Dein Hemd ist ja ganz voller Macho. Aber klar, Peppa. Fußballtrikots sind dafür da, dass man sie schmutzig macht. Papa Wutz liebt Fußballspielen. Alle lieben Fußballspielen. Vor allem, wenn man sich dabei richtig schmutzig macht. Der Piratengeburtstag. Der Piratengeburtstag. Klausi Kleff hat heute Geburtstag. Und er macht eine Party. Ha, ha, ha. Alle sind als Piraten verkleidet. Ha, ha, ha. Pedro Pony ist als Cowboy verkleidet. Hö, ha, ha. Ahoi auch, ihr Landraten. Das ist Opa Kleff, verkleidet als Pirat. Hallo, Opa Kleff. Nenn mich Captain Kleff. Hallo, Captain Kleff. Welchen von euch kaputt gebeutelten Piraten dürstet es nach gehörigem Glabauta auf Rauersee? Warum redet er so komisch? Das ist Piratensprache. Wer von euch feiern will wie ein Pirat, sagt Harrrr. Harrrr. Ist es ein gefährliches Spiel? Nein, Pedro. Opa Kleff hat mir versprochen, dass es ein ganz harmloses Spiel ist. Oh. Aber es wird aufregend. Also spielt ihr mit? Harrrr. Dann lauscht meinem Plan. Einst hatte ich einen großen Haufen Gold rechtmäßig gestohlen, aber ich wurde beraubt von einem Captain Wook. Was? Piratensprache ist ein bisschen schwer zu verstehen. Captain Wook stahl meinen Schatz. Oh. Wisst ihr, Captain Wook ist ein furchterregender Pirat. Einige von euch kennen ihn unter seinem Decknamen. Opa Wutz. Ah, Opa Wutz. Der Plan ist, aus Captain Wooks Versteck meinen Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hurra. Alle sind begeistert davon, Pirat zu spielen. Hallo, Opa Wutz. Wir sind unterwegs. Vortrefflich. Vortrefflich. Opa Wutz und Polly Piepmatz bewachen den Piratenschatz. Möge die schwarze Galeone schnell und der Rückenwind mit uns sein. Was heißt das denn? Alle Mann zum Boot. Ho, ho, ho. Pia. Und stopp. Zieht eure Schwimmwesten an. Auf dem Boot von Opa Clef müssen alle Kinder eine Schwimmweste tragen. Dieser lausige Captain Clef sollte längst hier sein. Hier ist eine schöne Tasse Tee, Opa Wutz. Oh, danke, Opa Wutz. Na, endlich. Sind jetzt alle soweit. Herr Captain Clef, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Und ich. Wo bleiben die denn so lange? Hallo, Opa Clef? Ich dachte, ihr wärt schon längst unterwegs. Ja, ja, wir sind fast da. Ich musste nur noch die Mannschaft zusammentrommeln. Ankerlichten! Volle Segel! Allein Captain Clef! Ja, 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 ja. Piraten sind wir hier und stecken wir in See und holen uns den Schatz, man schauber Heu-Heu-Heu-Heu. Land in Sicht! Die Kinder sind am Garten von Opa Wutz angekommen. Der Plan ist, den Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hip, hip, hurra, Piraten! Psst, Mama! Ich hoffe, dass keine Piraten hier sind. Wir haben es nämlich auf meinen schönen Schatz abgesehen. Peppa und ihre Freundin holen den Schatz, ohne erwischt zu werden. Es sind Schokoladenthaler. Alle lieben Schokoladenthaler. Lecker, 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 lecker. Aha! Hab ich dich! Opa Clef ist erwischt worden. Du wolltest mir wohl meinen Schatz klauen, Schurke! Das ist meiner. Ich hab ihn rechtmäßig gestohlen. Oh nein, hast du nicht. Doch, hab ich wohl. Danke, Käpt'n Wuck und Käpt'n Clef, für das schöne Piratenspiel. Oh, bitte. Gern geschehen. Äh, oh ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlich willkommen, Klausi! Das ist der beste Piratengeburtstag von allen. Der Talenttag. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, morgen ist unser Talenttag. Was ist ein Talent? Ein Talent ist etwas, was du gerne machst und was du gut kannst. Ich gucke gerne Fernsehen. Und das kann ich gut. Zeig doch etwas, was die anderen auch gerne sehen würden. Mein Talent ist Gitarre spielen. Cool! Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Vergesst nicht, euch etwas auszudenken für den Talenttag morgen. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Ich kann auch nicht ins Bett gehen. Ich hab noch kein Talent, das ich morgen zeigen kann. Aber du hast viele Talente, Peppa. Ja, ich kann Seilspringen. Ich kann singen. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Ich kann tanzen. Ich kann mich gar nicht für eins entscheiden. Ich hab ja so viele Talente. Keine Sorge. Du kannst dich morgen entscheiden. Na gut. Heute ist der Talenttag. Meine Talente sind Seilspringen, singen und tanzen. Ich habe gestern den ganzen Abend geübt. Also, ich habe gestern Abend Fernsehgucken geübt. Das ist kein Talent. Das hat Madame Gazelle gesagt. Was soll ich dann tun? Wer möchte uns zuerst sein Talent zeigen? Klausi Kleff? Ich kann Trommel spielen. Ich kann auch noch lauter. Nein, das war wunderbar, Klausi. Pedro Pony, was ist dein Talent? Zaubertricks. Hier ist ein Glas mit Wasser. Es ist nass und durchsichtig. Ah. Und jetzt lasse ich das Wasser verschwinden. Oh. Bitte schließt die Augen. Öffnet eure Augen. Das Wasser ist verschwunden. Dankeschön. Emily Elefant. Ich spiele jetzt Blockflöte. Und was ist dein Talent, Luisa? Ich kann einen besonderen Ton. Das geht nur, wenn ich auf Zehenspitzen stehe. Das war aber sehr gut. Ja, aber was kann ich zeigen? Molly, was ist dein Talent? Seilspringen. Ich wollte doch Seilspringen. Aber ich kann immer noch tanzen und singen. Mein Talent ist singen. Funkel, funkel, kleiner Stern. Aber ich kann ja immer noch tanzen. Luzi Locke, was ist dein Talent? Tanzen. Nein, du kannst nicht tanzen. Oh weh. Tanzen war Peppers letztes Talent. Es ist wunderbar, dass jeder von euch heute ein anderes Talent vorgeführt hat. Also, wer ist noch übrig? Peppa. Ich wollte Seilspringen oder singen oder tanzen. Aber das war alles schon. Man kann viele Talente haben, Peppa. Auf jeden Fall nicht Fernseh gucken. Überleg mal, was du wirklich gerne machst. Ich weiß es. Ich habe noch ein Talent, bei dem ich richtig gut bin. Mal sehen, welches Talent Peppa wohl meint. Mein besonderes Talent, das ich am besten kann, auf der ganzen weiten Welt, ist auf und ab zu springen. In Matschepfützen. In Matschepfützen. Peppa liebt es, in Matschepfützen zu springen. Alle lieben es, in Matschepfützen zu springen. In der Bücherei. Es ist Schlafenszeit. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, Schorsch. Kannst du uns bitte noch was vorlesen? Na gut. Ich nehme mal das Roter Affe Buch. Aber du liest uns immer dasselbe vor. Der rote Affe geht in die Badewanne, putzt sich die Zähne und geht ins Bett. Ähm, ja, genau davon handelt es. Wir können doch mal was anderes lesen. Der blaue Tiger, die grüne Spinne, der orange Pinguin. Oh, wie heißt das denn? Betonmischen für den Hausgebrauch. Das habe ich überall gesucht. Ist das dein Buch, Papa? Nein, ich habe es mir in der Bücherei ausgeliehen. Was ist denn eine Bücherei? Da kann man sich etwas zum Lesen ausleihen. Und wenn man damit fertig ist, bringt man es zurück. Was Papa Wutz bei diesem Buch offenbar vergessen hat. Tja, ich habe es tatsächlich schon sehr lange. Nicht schlimm. Du kannst es ja morgen zurückbringen. Und ihr geht jetzt schlafen. Aber nur, wenn Papa noch aus dem Buch vorliest. Das ist aber eigentlich keine Gute-Nacht-Geschichte. Bitte, Papa, lies es vor. Okay. Betonmischen für den Hausgebrauch. Beton ist ein Baumaterial, hergestellt aus Sand, Wasser und chemischen Zusatzstoffen. Kapitel 1. Sand. Peppa, Schorsch und Mama Wutz sind eingeschlafen. Es ist morgen. Peppa und ihre Familie fahren zur Bücherei. Boah. Hier stehen aber viele Bücher. Psch, Peppa. In einer Bücherei muss man leise sein. Warum? Weil die Leute zum Lesen hierher kommen. Und dabei wollen sie Ruhe haben. Der Nächste, bitte. Frau Mümmel ist die Bibliothekarin. Hallo, Mama Wutz. Möchten Sie diese Bücher zurückgeben? Ja, Frau Mümmel. Immerher damit. Warum macht der Computer so ein Geräusch? Er schaut nach, ob vielleicht jemand schusselig war und ein Buch zu lange behalten hat. Ähm, ich fürchte, ich habe dieses Buch tatsächlich ein bisschen zu lange behalten. Keine Sorge, Papa Wutz. So schlimm wird es wohl nicht sein. Was? Papa Wutz. Sie haben dieses Buch ja schon seit zehn Jahren. Schusseliger Papa. Entschuldigung, Frau Mümmel. Geht schon in Ordnung. Jetzt können Sie sich ein neues ausleihen. Frau Mümmel, dürfen Schorsch und ich uns jetzt auch ein Buch ausleihen? Gern. Die Kinderbuchabteilung ist hier drüben. Oh, guck mal. Über Feen, Blumen, Prinzessinnenkleider. Hallo, Peppa. Oh, hallo, Klausi. Ich leihe mir ein Buch über Fußball. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Ich leihe mir ein Buch über Krankenschwestern. Schorsch hat sich ein Buch über Dinosaurier ausgesucht. Luzi, ja. Guck mal, was ich gefunden habe. Betonmischen Band zwei für Fortgeschrittene. Hier ist ein Roter Affe Buch. Nein, bloß nicht das Rote Affen Buch. Das ist so öde. Das ist aber eine andere Geschichte. Sie ist vielleicht spannender. Ist sie bestimmt nicht. Also, es war einmal ein lustiger Roter Affe. Er nahm ein Bart, putzte sich die Zähne und ging ins Bett. Nein, er flog zum Mond mit einer Rakete. Oh. Er machte Picknick mit einem Dinosaurier, tauchte hinab ins Meer und kletterte auf den höchsten Berg hinauf. Das war ein toller Tag. Ende. Boah, lies es nochmal. Wir können es ja ausleihen und zu Hause nochmal lesen, Peppa. Aber eigentlich wollte ich mir schon dieses Buch hier ausleihen. Oder dieses hier. Wenn du möchtest, kannst du auch drei Bücher ausleihen, Peppa. Yippie. Aber vergiss bitte nicht, sie rechtzeitig zurückzubringen. Ja, Frau Mimmel. Und sie müssen ihr Buch diesmal auch rechtzeitig zurückbringen. Papa Wutz. Ich werde dafür sorgen, dass Papa es nicht vergisst. Gut, Peppa. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ho, ho. Der Campingurlaub. Peppa und ihre Familie machen Ferien im Wohnmobil. Guten Morgen, meine kleinen Schweinchen. Guten Morgen, Papa Wutz. Ich liebe Camping. Wo wir nun schon mal auf dem Land sind, habe ich mir gedacht, dass wir uns hier mal die Natur anschauen könnten. Gute Idee, Mama Wutz. Schauen wir uns doch eine Natursendung an. Eines der wirklich großen Naturwunder. Vögel. Wie wunderbar. Husch, husch, kleiner Piepmatz. Wir können sonst die Sendung nicht hören. Oh, Papa Wutz. Du willst doch nicht im Ernst unseren Campingurlaub mit Fernsehen verbringen, oder? Das können wir auch zu Hause. Äh, du hast recht, Mama Wutz. Hier gibt es nämlich viele spannende Dinge zu sehen. Zum Beispiel die Waldwelt. Was ist die Waldwelt? Die Waldwelt ist ein riesiger Wald voller Bäume. Das klingt ganz schön öde. Oder der Kartoffelkosmos. Was ist der Kartoffelkosmos? Man besichtigt die Kartoffelfelder und zum Schluss probiert man die Kartoffeln. Klingt interessant. Oder das Entenland. Was ist das Entenland? Das ist ein breiter Fluss ganz voller Enten. Entenland. Wir fahren zum Entenland. Pepper und Schorsch lieben Enten. Aber wie kommen wir zum Entenland? Das Wohnmobil bringt uns hin. Hallo, wohin geht die Reise heute? Zum Entenland, bitte. Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Wir fahren zum Entenland in unserem Wohnmobil. Willkommen im Entenland. Wie viele Karten, bitte? Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Viel Spaß mit den Enten. Wo sind die Enten denn? Vielleicht machen sie auch Ferien. Kommt, wir packen das Picknick aus. Die Enten kommen doch immer vorbei, wenn wir... Wenn wir Picknick machen. Peppa und Schorsch lieben Picknick. Guckt mal, da kommen ja die Enten. Halt, Papa. Wir brauchen das Brot doch für die Enten. Na gut. Hallo, Frau Ente. Da kommen noch mehr Enten. Das sind alles ihre Brüder und Schwestern. Und da kommen noch mehr Enten angeschwommen. Und das sind die Enten Omas und Opas. Und hier kommen noch alle Tanten und Onkel. Das war's. Unser Picknick ist alle. Enten. Sag Dankeschön zu Papa Wutz. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Sehr gern geschehen. Hi, hi, hi. Ich liebe Entenland. Ha, ha. Es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Ich frage mich, ob es nicht eine Abkürzung gibt. Fahren Sie geradeaus in den Fluss hinein. Oh, sind Sie sicher? Ja, fahren Sie in den Fluss hinein. Aber wir können doch nicht ins Wasser fahren. Genau. Das Ding redet doch Unsinn. Drücken Sie bitte den blauen Knopf. Das Wohnmobil kann tatsächlich im Wasser fahren. Ho, ho, ho. Unser Wohnmobil hat sich in ein Boot verwandelt. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Guck mal, da sind ja Opa Clef und Klausi Clef. Ahoi auch, Papa Wutz. Äh, ahoi auch. Bip, bip. Wir schippen über das Wasser in unserem Wohnmobil. Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf. Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wir sind zu Hause. Danke für den schönen Urlaub, Frau Wohnmobil. Ha, ha, ha. Aber gern. Es war mir ein Verbeten. Es ist schön, im Urlaub zu sein. Aber am allerschönsten ist es doch in unserem eigenen Haus. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Linus Löffel kommt zum Spielen. Peppa und Schorsch spielen in ihrem Kinderzimmer. Das wird das Beste aus aller Zeiten. Schorsch, Linus Löffel ist da. Schorsch, Linus. Sausier. Sausier. Tschüss, Linus. Ich komme dich dann nachher abholen. Schorsch und Linus sind beste Freunde. Schorsch, Linus. Ihr macht mein ganzes Haus kaputt. Spielt doch bitte was ohne Titschen. Schorsch macht aus dem Spielzeugkorb einen Vulkan. Linus baut aus den Holzbäumchen einen Dschungel. Schorsch baut aus den Bauklötzen einen Fluss. Schorsch und Linus haben das Kinderzimmer in ein Dinosaurierland verwandelt. Ich gehe. Mir ist es zu laut hier. Ich sage Kartoffel. Ich sage Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Das Gute an Regentagen ist, dass man sich mal spannende Fernsehsendungen ansehen kann. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Mama. Schorsch und Linus haben aus unserem Kinderzimmer ein Dinosaurierland gemacht. Und im Dinosaurierland ist es jetzt zu laut. Schorsch hat seinen besten Freund hier und ich habe überhaupt niemanden zum Spielen. Du könntest doch mal Luzi Locke anrufen. Luzi Locke ist Peppas beste Freundin. Kann Luzi wirklich herkommen? Jetzt gleich. Wir rufen sie mal an. Hallo, Luzi Locke am Apparat? Luzi, ich bin's. Hast du Lust, bei mir vorbeizukommen? Ja, Peppa. Mit meinem Krankenschwesterkostüm? Ja. Aber komm ganz schnell. Wie ist denn, Luzi? Ich komme dann später, um dich abzuholen. Schorsch, Linus, Schwester Luzi ist da. Und Schwester Luzi sagt, hier ist kein Dinosaurierland. Hier ist jetzt ein Krankenhaus. Und in einem Krankenhaus ist es immer schön aufgeräumt. Das Kinderzimmer ist kein Dinosaurierland mehr. Es ist jetzt ein Krankenhaus. Ich bin die wichtige Frau Doktor. Hm, dieser Dinosaurier sieht krank aus. Ich stimme Ihnen zu, Frau Doktor. Er sieht schon ganz grünlich im Gesicht aus. Er muss sofort ins Bett. Und dieser Dinosaurier sieht sogar schon ganz lilalig aus. Ja, Frau Doktor. Er muss auch ins Bett. Sofort. Rau sie ja. Psch, bitte Ruhe jetzt. Hier ist ein Krankenhaus. Haft auf. Das Kinderzimmer ist kein Krankenhaus mehr. Jetzt ist es ein Bahnhof. Schluss jetzt. Es gibt keine Eisenbahn im Feenland. Feenland. Oh, jetzt ist das Kinderzimmer ein Feenland. Im Feenland sind aber nur ganz schöne Sachen erlaubt. Warum weint ihr denn so laut? George und Linus wollen immer nur Dinosaurier oder Eisenbahn spielen. Und wir wollen doch Krankenhaus oder Feenland spielen. Hm, ich sehe gerade, es hat aufgehört zu regnen. Und? Geht doch alle nach draußen zum Spielen. Aber die machen doch nur kleine Jungs Spiele. Und wir mögen nur Spiele für große Mädchen. Aber wenn es mal so lange geregnet hat, was findet man dann im Garten? Matschepfützen. Und wofür sind Matschepfützen da? Um wärmen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Egal ob kleine Jungs, große Mädchen oder Mamas und Papas. Helena Esel Hallo? Papa, Wutz am Apparat? Monsieur Wutz, comment allez-vous? Oh, das Telefon ist kaputt. Qu'est-on fait-il en Allemagne? Il y a la pluie ou le soleil? Siehst du? Das Telefon redet Unsinn. Allo, comment allez-vous? Allo, Monsieur? Est-ce que Helena peut rester un jour? Oui. Elle est au-le-train. Au-rua, das war Monsieur Esel. Er spricht Französisch. Ah, hab ich mir gedacht. Mama, was hat Monsieur Esel denn zu dir gesagt? Er hat gefragt, ob Elena uns besuchen kann. Au-prima! Elena Esel ist eine ganz besondere Freundin von Pepper. Sie wohnt in Frankreich. Elena kommt zu uns, um Deutsch sprechen zu üben. Juhu! Wir müssen uns beeilen. Elenas Zug kommt gleich an. Endstation! Alle aussteigen! Da ist Elenas Zug! Elena! Bonjour! Bonjour ist Französisch und heißt Guten Tag. Bonjour! Bonjour! Bonjour, Monsieur Esel. Liebe Güte, ist der Riesenkoffer von Elena? Ja, Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Lauter Dinge, die es hier nicht gibt. Käse, Brot, Tomaten, Wasser. Au revoir, Elena. Ich komme dich morgen Abend wieder abholen. Wo soll ich Elenas Gepäck hinbringen? In mein Zimmer, nach ganz nach oben im Haus. Oh! Und das ist dein Gepäck für nur eine Übernachtung? Oh yeah. Deshalb ist es ja auch nur ein ganz kleiner Koffer. Oh! Also, Elena ist ja hier, um Deutsch zu üben. Wir müssen ihr alle dabei helfen. Ja, klar, Mama. Zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich noch nicht gut Deutsch spreche. Oh, du sprichst nicht so schlecht. Das ist sehr nett, Monsieur Wutz. Aber darf ich Ihnen eine Frage zur deutschen Sprache stellen? Aber natürlich. Ich bin Experte für Sprache. Frag nur. Sind Infinitive eine Form unregelmäßiger Verben oder intransitiven Pronomen? Ähm... Es ist ja wirklich schon spät. Sollen wir nicht Elenas Bett machen? Mama? Mama? Kann Elena nicht in meinem Bett schlafen? Mit einem Kissen an jeder Seite? Gute Idee, Pepper. Pepper und Elena schlafen im selben Bett mit einem Kissen an jeder Seite. So, Kinder. Versucht zu schlafen. Morgen wird ein aufregender Tag. Elena geht mit in eure Spielgruppe. Pepper, dormez bien. Dormez bien ist französisch und heißt schlaft gut. Ich bin doch gar nicht müde. Wir können ja was singen, um müde zu werden. Ja! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonne les matines. Bei dem schönen französischen Lied schlafen alle ein. Ding, dong, dong. Elena geht heute mit in Peppers Spielgruppe. Madame Gazelle, das ist meine französische Freundin, Elena Esel. Bonjour. Ah, bonjour, Elena. Elena hat gestern ein sehr schönes französisches Lied gesungen. Können wir ihr nicht eins von uns beibringen? Wie wär's mit dem Bing-Bong-Song? Ja, singt mir das Bing-Bong-Lied vor. Es ist gut für mein Deutsch. Mais oui! We machen Musik und wir singen ein Lied. Mit nem Bing und nem Bong und nem Bu. Bamm, bing, Bu. Bing, bamm, bing. Bing, bamm, bing-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Bamm, bing, bu. Bing, bamm, bing. Bing, bamm, bing-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Gut. Jetzt habe ich viele neue Wörter gelernt. Bing, bong, bingeli, bongeli, buh. Prinzessin Peppa. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Oma und Opa Wutz kommen zum Abendessen. Hallo. Hallo. Wo sind Peppa und Schorsch? Schlafen schon. Oh, ich wollte sie so gern noch sehen. Darf ich mal reinschauen? Na gut, Oma Wutz, aber sei ganz leise. Oma Wutz! Oma Luss! Hallo, meine Liebchen. Ihr solltet doch schlafen. Erzähl uns eine Geschichte. Also gut. Aber nur, wenn ihr versprecht, dass ihr gleich wieder einschlaft. Wir schlafen erst nach der Geschichte. Na schön. Also es war einmal ein... Ein kleiner Junge. Der hieß Pedro Pony und der fand eine Zauberbohne. Oh, ja. Also, Pedro pflanzte die Bohne ein und daraus wuchs eine riesige Bohnenranke, die bis zum Himmel reichte. Ganz genau. Pedro kletterte an der Ranke nach oben und fand dort... Schrecklich großen Riesen. Aber den will ich nicht. Ich will eine Prinzessin. Oh, ja. Da fand er die wunderhübsche Prinzessin Peppa. Und Sir George, den tapferen Ritter. Und ein Koch, der kochte das leckerste Essen der Welt. Mama Wutz, Papa Wutz und Opa Wutz warten mit dem Essen. Ich sehe mal nach, wo Oma Wutz bleibt. Und was kommt jetzt in der Geschichte? Ungezogene Oma Wutz. Du hast sie geweckt. Wir schlafen ja wieder ein, wenn die Geschichte fertig ist, Opa Wutz. Ich bin gut im Fertigerzählen, Oma Wutz. Du kannst runtergehen. Ich komme gleich nach. Da ist ein Junge, eine Bohnenranke, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter und ein Koch mit dem leckersten Essen der Welt. Und als sie mit dem leckeren Essen fertig waren, schliefen alle ein. Ende. Und alle wachten wieder auf. Und dann kam ein Zauberer. Ein Zauberer? Ja, ein Zauberer. Der macht eine große Zaubershow. Ah, aber... Dann kam auch noch ein schrecklicher Drache. Krach. Oma Wutz, Mama Wutz und Papa Wutz warten immer noch mit dem Essen. Diese Gute-Nacht-Geschichte scheint nicht zu wirken. Ich bin hier der Experte für Gute-Nacht-Geschichten. Bei mir schlafen sie nullkommanichts. Krach. Ah, ein schrecklicher Drache. Peppa, Schorsch, ab ins Bett. Aber Opa ist doch noch nicht mit der Geschichte fertig, Papa. Die erzähle ich zu Ende. Ich komme in einer Minute. Also, da ist ein Junge, eine Bohnenranke, ein Schloss, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter, ein Koch, ein Zauberer und ein schrecklicher Drache. Krach. Und ein sehr hungriger König. Sie speisten alle zusammen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Und dann gab es eine Party. Hopp. Mit all ihren Freunden. Das reicht. Jetzt gehe ich mal besser rauf. Papa Wutz. Sie schlafen doch schon fast. Danke. Ich übernehme das hier. Du musst die Geschichte zu Ende erzählen, Mama. Dann aber schnell. Also, wo wart ihr denn? Es war einmal in uralten Zeiten vor sehr langer Zeit. Mama Wutz ist aber schon ziemlich lange da oben. Ich höre schnarchen. Na, endlich. Peppa und Schorsch schlafen jetzt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Peppa. Schorsch. Psst. Mama ist eingeschlafen. Ich glaube, Prinzessin Peppa ist die beste Gute-Nacht-Geschichten-Erzählerin. Na klar, das bin ich. Die Zugfahrt. Peppa und ihre Freunde machen heute eine Zugfahrt. Herr Löffel ist am Schalter. Wie viele Fahrscheine? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Kinderfahrscheine und einen Lehrerfahrschein, bitte. Bitte, Kinder, die Fahrscheine nicht verlieren. Darf ich bitte die Fahrscheine sehen? Ähm, mein Fahrschein ist weg. Armer Pedro, du musst besser aufpassen. Da ist dein Fahrschein. Hä, 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 hä. Hoho, verliere ihn aber nicht nochmal. Da kommt der Zug. Tuff, Tuff. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alles einsteigen. Hurra. Tufti-Tapp, tufti-Tapp, der zuft, der fährt jetzt ab. Keuch und schnauf, Keuch und schnauf, tufti-tufti-tapp. Annoch, ihr sind eure Arbeitsblätter. Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Boot, ein Signalpfosten und ein Tunnel. Ich sehe Bäume. Sind Bäume auf dem Blatt? Äh, nein. Und ich sehe Wolken. Sind Wolken auf dem Blatt? Nein. Ich sehe Opa Clef. Ahoi-Oh! Hallo, Opa Clef. Ist Opa Clef auf dem Arbeitsblatt? Aber Peppa, mein Opa ist doch nicht auf dem Arbeitsblatt. Aber er fährt mit einem Boot. Und ein Boot ist auf dem Blatt. Hurra! Die Kinder haken das Boot auf dem Arbeitsblatt ab. Fahrscheine bitte. Herr Löffel kontrolliert bei allen die Fahrscheine. Ähm, ich hab meinen Fahrschein wohl verloren. Oh je, Binde. Miau. Da ist doch dein Fahrschein, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Pass auf, dass du ihn nicht nochmal verlierst, Pedro. Bergauf fährt der Zug langsam. Ui! Bergab fährt der Zug schnell. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Kann ich bitte nach vorne gehen? Maybe, Pedro. Du kannst nach vorne zur Lok gehen. Hehehe. Tuf di Tapp, Tapp, Tuf di Tapp. Hihi. Hallo, Pedro. Fühlst du dich nicht so gut? Möchtest du auch einmal den Zug steuern? Au ja. Hahaha. 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 Tuf di Tapp, Tuf di Tapp, der Zug fährt auf und ab. Keuch und Schnauf, Keuch und Schnauf, Tuf di Tuff di Tapp. Tuf di Tapp, Tuf di Tapp. Tuf di Tapp. Tuf di Tapp. Ein Signalpfosten. Der ist auch auf dem Blatt. Hurra. Die Kinder haken den Signalpfosten auf ihrem Arbeitsblatt ab. Das Signal hat den Zug angehalten, damit jemand Wichtiges die Schienen überqueren kann. Tuf di Tapp. Tuf di Tapp. Tuf di Tapp. Es ist Frau Emze und ihre Freunde. Tuf di Tapp. Tuf di Tapp. Tuf di Tapp. Meno, wir hatten noch gar keinen Tunnel. Oh, es ist dunkel. Wir sind im Tunnel. Der Tunnel ist die letzte Aufgabe auf dem Arbeitsblatt. Hurra. Endstation. Alle Mann, bitte aussteigen. Aber Madame Gazelle, wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Hoho, Peppa, aber da sind wir doch schon. Der Zug ist einen großen Kreis gefahren. Fahrscheine, bitte. Pedro hat wieder seinen Fahrschein verloren. Äh. Pedro, kann ich bitte meine Mütze wieder haben? Da ist Petrus Fahrschein. Ja, da habe ich ihn hingetan. Hahaha. ARD Text im Auftrag von Funk